So meine Lieben, wir sind zurück bei Toad's World. Wir waren bei Wild Mountain 1 und trinken jetzt mal einen Schluck. So, dann wollen wir mal. Ich hab jetzt mittlerweile auch den Speed-Button konfiguriert. Weil mich das doch teilweise... Oh, sehen die Maulwürfe schön aus hier. Das ist süß. Fische mag ich. Gumbas mag ich immer noch nicht. Hallo, Mansha, ne? Wie geht's dir? Na, und euch? Na, hier sind schon mal mehr Mansha's als in der gesamten Welt der Fusio. So. Okay, da sind noch Münzen. Da schieße ich drauf. Achso, ich dachte jetzt schon... Oh, guck mal, wie süß die aussehen. Ich bin die knuddelig so. Bin ich denn ganz banane? Bin ich denn ganz banane? Stirb. Midway. Und ich geh unten lang. Ich weiß nicht wofür. Ich hoffe, es ist bescheuert. Nein, ich hoffe, es ist richtig. Und so, 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 so. Und so sind wir unten lang. Wunderscheiße. Ja, ich kann Wunderscheißen. Ha. Nein, oh mein Gott. Leute, ignoriert bitte, wenn ich solche komischen Sprüche... Bada-Bada-Bada-Buh. Von... Hallo. Von mir bringe... Da ich immer noch nicht ganz auf der Höhe bin. Von wegen Krankheit und... Ach, ich weiß nicht. Von wegen Krankheit und Schlafen und sowas ist alles bei mir noch nicht ganz wieder... Beim... Malo... Ficken. Ficken. Von... Boa... Hallo. Tralalalalala. Hey. Da... Da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Keine Ahnung, was ich da jetzt im Koffer habe. Hört sich an wie Lena. Aber das mag ich doch gar nicht. Ich bin bescheuert. Und spring wie ein bekloppte Hore. Ach, Mann. Ach, Mann, ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann, Mann. Haar lecken. Haar, durchgekommen. Haar, nach wie viel Schminuten? Ich hab keine Ahnung, ich will's auch nicht wissen, Leute. Haar. Ich töte alles und jeden. Äh. Die mal mit ihrer bekackten Blume, Mann. Gib mir lieber mal ne Feder. Ich will Toad fliegen sehen. Sag nicht, ich hab jetzt beschissen gesaved. Ich hab beschissen gesaved. Lecko mio. Komm her. Hm. Keine Ahnung, wie ich da oben kommen soll. Ist mir aber auch gelinde gesagt. Scheißegal. Wir haben's geschafft. Yay. Und. Epic fail is epic. Ich hab geloadet aus Versehen. Entschuldigung, Leute. Zum Glück hab ich nicht sehr weit weggespeichert, das letzte Mal. Naja. Kleine Fales bestimmen das Leben und machen so manche Let's Player, doch er ist richtig interessant. Spooky Road. Ähm. Geisterstoß sieht aus wie Gestaltung von ähm, ähm, Paper Mario? Kommt das hin? Wie kommt das hin? Ich will nichts Falsches sagen. Und woher kommt die Musik? Moment. Ich kenn die auf jeden Fall die Musik. Musik. Naja. Wie gesagt. Wer weiß, was für Musiken das sind, kann es mir herzlich gerne schreiben. Mich interessiert sowas immer. Oh, das war jetzt Glück. Hm. Glück gefressen. Oh, 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 oh. So. Ähm. Okay, aber jetzt sind wir eigentlich schon. 9 von 56. Midway. Blumen. Klein Chums. Blu. Blumen. Ha. Oh, habt ihr gesehen wie ich nach oben geguckt habe? Guckt mal. Oh. Da. Oh. Oh. Hä? Ich bin verwirrt. Das ist doch wieder mein Anfang. Hm. Oh. Verwirrung macht sich breit. Das ist jetzt... Kann ich jetzt aufspringen? Hä? Dann schreiß ich mal eben drauf. Ich muss nur gucken. Hä? Ich beide das nicht, Mann! Ich laufe hier doch gerade zurück, oder? Ey. Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. Bin ich tot? Jo. Habe ich hier was falsch gemacht? Das muss doch irgendwie gehen. Ja, ich bin zu blöd dafür. Scheiß drauf, ernsthaft. Hach. Ja, schön. Das bringt mir doch alles nix. Boah, ich hasse Geisterschlösser. Ich hasse sie. Mann! Geisterhäuser eben. Das ist mir auch scheißegal. Was soll denn das? Da unten ist ne Tür. Da unten ist ne Tür. Nein, ich hab keine Ahnung, ob ich richtig bin oder nicht. Ach, leck, oh mio. Und dein Bratsaft, ey. Nein, warum, warum? Boah, ich krieg nen Anfall. Anfall. Meine Güte, ey. Huch. Das ist jetzt ein wenig fies. So, das war aber gut jetzt. Hui. Hui. Eine Ranke. Und... I love ya. Ich hab das Exit gefunden. Wild Mountain 2. Das war gut. Ich spring hier rum wie so ne verwirrte Hure, ey. Mann. Ah, du bist doch eine Nutte. Boah, ich sollte vielleicht mal ne Pause machen. Boah. Bitte, bitte, bitte. Junge. Ey, du beschissener scheiß Pilzkopf von Pilzenhain, ey. Boah. Du nervst, weißt du das? Stirb. Meine Fresse, ey. Okay. Nicht schon wieder, diese bekackten Blumen, wisst ihr? Ernsthaft. Schiebt sie euch in den Arsch und werdet glücklich. Aber hört auf, die in so vielen Hacks immer wieder reinzubauen, nur weil euch nichts anderes mehr einfällt. Mann, ey. Ja, Football-Chuck, weißt du, als hätte ich nicht schon genug Aggressionen hier wegen diesem pissburten Arschleckern, ey. Oh ja, schön machst du das. Bist ein feiner Pilzkopf. Wirst gar nicht gebraten, wenn du so weiter machst. Hier, fein. Alter, hallo. Hey, wie oft kann ich sterben? Wir versuchen es die ganze Nacht, die ganze Nacht. Boah. Nerv. Scheiß Pilzgeburt. Nimm die Blumenmache und schieß den Chuck ab. Wenigstens etwas habe ich schon mal geschafft. Ach, lecke mich. Sieht alles immer wieder gleich aus. Mach ich hier irgendwas falsch? Ne, jetzt mal ernsthaft. Sieht hier immer wieder gleich aus. Ah, hier ist eine Tür. Schön. Ey. Nach diesem Level mache ich auf jeden Fall einen Cut, weil ich raste gleich aus. Ich raste gleich ernsthaft aus. Ich bin so genervt, wie schon lange nicht mehr. Normalerweise würde ich jetzt mein Gamepad oder ähnliches durch die Weltgeschichte schmeißen. Aber, da ich keine anderen hier habe, lasse ich das mal lieber... ...bleiben. Und ach, lecke mich. Ich versuche hier einfach nur vernünftig leckend durchzukommen. Oh ja, 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 ja. Das ist nicht nett. Was mache ich denn? Die kotzt mich an, ey. Boah, und wer hier drunter schreibt, ne, regt dich doch nicht so auf. Das ist nur ein Spiel, ne. Boah, der kriegt... Ich bin halt schon... Schlaft nicht, esst nicht, kriegt nichts, was ihr wollt und zockt da mal und das klappt nicht. Dann will ich wissen, wie ihr reagiert. Und auf jeden Fall ist das nächste Level ein Wasserlevel. Das werden wir dann im nächsten Part sehen, Leute. Also, bis dahin!